Es gibt Orte in Bayern, da ist die neue Cannabis-Freiheit Zentimeterarbeit. Zum Beispiel am Gärtnerplatz in München. Ein Treffpunkt. Nun auch für Kiffer? Ich bin mal gespannt, ob dann hier am Gärtnerplatz die ganze Jugend ab 20 Uhr sitzt und Cannabis braucht. Die Freigabe war bis zuletzt im Bundesrat umstritten. Vor allem Bayern war dagegen. Doch die Ampelregierung hat sich durchgesetzt. FDP-Chef Christian Lindner vermeldet bei X. Buberts, ein Slang-Ausdruck für Cannabis, sei bald legal. Doch es gelten Einschränkungen. So ist laut Gesetz der öffentliche Konsum verboten in Sichtweite bzw. 100 Meter entfernt von Schulen, Kinderspielplätzen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten. Es drohen Strafen bis zu 10.000 Euro. Die genaue Höhe, je nach konkreter Ordnungswidrigkeit, steht noch nicht fest. Wer also nichts riskieren will, sollte zum Beispiel in München an vielen Orten nicht kiffen. Besonders kompliziert ist es am Gärtnerplatz. Weite Teile sind zu nah an Kita oder Schule. Nur im Südwesten des Platzes darf wohl gekifft werden. Hier schon, hier nicht. Das sorgt für Unverständnis. Die Freigabe ist in Ordnung, aber wie das Gesetz gemacht ist, ist natürlich sehr fragwürdig. Doch ab heute gelten die Regeln. Und die Polizei hat angekündigt, Verbotszonen zu kontrollieren. Bayern will das Gesetz besonders genau nehmen. Wir werden dieses Gesetz extremst restriktiv anwenden. Wer nun in München oder anderswo in Bayern Cannabis konsumiert, sollte sich genau auskennen. Im Zweifel so das Innenministerium, lieber gar nicht kiffen. Das sei auch besser für die Gesundheit.